Hallo liebe Leute, Willkommen zu einer neuen Let's Play und zu einer einmaligen Folge von Speedrunners. Speedrunners, ziemlich lustig Spiel, vier Spieler laufen gegeneinander, wenn der Spieler aus dem Rand vom Bildschirm hinausrutscht, ist er draußen. Der Letzte, der stehen bleibt, gewinnt Last Man Standing absolut im Speedrun. Natürlich brauchen wir auch das richtige Equipment dazu zum Speedrun. Ein Moment, falscher Hut. Das ist der Hut, den ich brauche. So, natürlich brauchen wir auch eine Laufbrille. Falsche Brille. So, Brille haben wir auch. Und jetzt, was noch fehlt für den richtigen Läufer, Handschuhe. Jetzt sind wir top ausgerüstet für unser Let's Play. Und zwar, jetzt geht's los. Ein kleiner Hinweis dazu, wie oft ich in diesem Video awesome sage. Aber ich bin so awesome, um verlieren zu können. Ich bin so awesome und so awesome. Awesome. Ich schätze, wie awesome, dass ich bin. Trotzdem bin ich awesome. Awesome Karussell, leider. Awesome, 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 baby, awesome, 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 awesome. Okay, Leute, nun geht es los mit Speedrunners. It's my way, on the Milky Way. Get it, bitch. Los, lauf, 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 lauf. Schleip in der Schleusdopft. Ich kann das Spiel überhaupt nicht mehr. Scheißdreck. Kommt da. Scheißdreck. Okay, warte mal. Grapple. Ja. Na. Na. Na, komm schon. Na. Nein, ich bin zu mies. Okay, na mal. Na, 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 na. Ich bin zu mies in dem Spiel. das warum taunt die eigentlich ich bin so fuidiot LAWF TO RUN IN MOOOOO NIE I LAWF TO RUN IN MOOOOO I AM A WINNER Scheißdreck, dir mal Speed aus sie. Ja, ah, ja. Wow, friskisten. Uppe. Und jetzt kommt das Gott beim Kopf rein, das 1 gegen 1. Hier schwarz gegen rosa. Rosa-Einführung, schwarz wehrt sich aber stark. Crap, ja, 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 what up, ah. Ich bin so was, ich muss so was tun. Der zweite Punkt für Atlante. Gut, rein, rein, du schwarze Stück hunderscheiße. Ah, verdammt. Ah, verdammt. Okay. Ja, fuck, bin ich gut. Oh, blablabla. WETTER, I am a fucking WETTER. Das ist nur wegen meiner Handschuhe und wegen mein Equipment. Mein Equipment ist zu ungeschlägen, bla bla bla. Was ist denn? Ich meine you're Boots, don't have Boots, Boots have Boots. Keine Ahnung, wie es sich redet. Auf jeden Fall. Grapple! Huwa! almost five. Laft, du Schnitzel! 无ah! ja schätze krepp übergrepp krepp er hat zu lassen der dritte 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 ein paar so die epische musik und so ein worden ist Komm schon bei mir! Jaaa! Nein! Nein! Ja, schon, es wird Kassel! OOOOH GOD! OOOOH GOD! OOH GOD GOD! OOOOH! OOOOH! AAAAAAAAH! AAAAAAH! AAAAAAAAH! Erwärts schon wieder für lauter, boeeh! Ja, jetzt kommt man hin, ich kiffe ganz! Na, na! Kriegen wir den Speed? Na, ich krieg so aus! was ist das was erlaubt es nach außen drucken puste aussehbar h und der länger das mal läuft umso kleiner wird es kräftig nummern das heißt umso umso größer ist die chance dass man an fehler macht oder so bleibt dort da du schwarze scheiße war er der dritte ich schaue es wieder herlos mit dem dritten was erinnert jetzt ja die erste die 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 schätze aus und das ich bin lalala ich bin ganz froh du bist ganz in die du bist so ein loser jetzt gebe ich aus und er ist weg zweiter Punkt für Antalente ich bin jetzt so gut in diesem Spiel das einzig auf der Welt das ich gut beherrsche und das ist auch nicht mal gut ah scheiße Heukrox sagt, dass ich gut in diesem Spiel bin das war verdammt der Schenz Dauert ziemlich lustig die nun AAH! Zurückgreifen Vengeance Endrunning also beutelst table AAH! BAA! BAA! HEA! BAA! BAA! BAAA! BAA! 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 AAH! IAA! KOMM DO PISCHT! Du blöde! Ja, Slider Shit! Außerdem, wenn's leidend, dann kann man das haxeln. Und ich frag mich, warum das fette Viecht auf einmal so schnell reinen kann. Nicht mit mir, Bitch! Ah, Scheißdreck! Ah, Scheißdreck! Boost! Hier, Boost! Und du nicht! UUUU. Ein fucking Werner! Ich bin so schnell! Ich renge grad 4000 km pro Stunde! Das war total dick. Lass du Schnitzel! Der Imperial Cutter, der hat nhưng hat es zu батaler voll verpasst. Ah! Das ist die neue Map damals gespielt! Trotzdem bin ich嘛... UUU Gonna56 Ich hab Angst... Ich hab' nicht gewusst, dass der da oben geht, oder? Verdammt, du Scheiss! Nice! Jetzt bin ich wieder dran. Jaaaa! Jaaaa! Ich bin drin! Ich hab' mir seitdem. Nein, ich hab' mir das. Lauf! Lauf, Schnitze! Scheiss drauf! Geiler! Hör' auf die Scheiss! Da, da, da! What? 1-on-1 wieder einmal. NAAA! Zwölbremst! Lauf! Lauf! Jawohl, sie läuft überall nicht. Das ist ein Vorteil für mich! Awesome! 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 Speed! Aufhupfen! Nice! Aufhupfen! Nice! Aufhupfen! Nice! Aufhupfen! Nice! Awesome! Awesome! Jaaaa! Wow, habt ihr den Perfect Jump gesehen? Nicht einmal um mein Gesicht. Und jetzt zuhör' ich ihm fällt den ersten Punkt, oder? Wieso kennst du Scheiss? Schau! Ah! 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 Scheissdreck! Ah, sie rau' meine für mich die Kiste weg. Weil Snoops an! Und hier hab' ein Speed drauf. Nein! Jaaaa! Nein! Ne! Mach' was! Na! Oh, jetzt! Ah! Ah! Boah! Na! Mach' was! Crapfen! Naaa! 하! Scheisse... Habts dann rätt! Crap gseg! divided! Fuck! Der war voll in knapp! Ah, jetzt geht's weiter... Msuuuum... Muuuum... Muuuum... I bin so schnell... Und ich lauf' nur in die Kiste hineini! Das war wurscht. Unber гrahne! Und ich mach das... Und da mach' das... Und da lauf' ich furchschnell, weil ich den Speed habe... Wuuuuh, scheisse! Jetzt lauf' ich wieder rein! Nääauu! Wo ist er? Wo ist er? Ja! Du geiler Rakaden! Der Scheißdruck! I am not gonna lose! Scheiße! Verdammt! Ich bin so schlecht in dem Spiel! Verdammt! Ich muss jetzt gewinnen! Ich bin zum Deck ohne! Awesome! Awesome! Lauf, Schnitzel! Nein, aber wem in die Scheißkisten! Ja! Okay, Lauf! Lauf! Du bist schneller! Dann wird das vierte Stück Scheiße! Ihr war ein Crab gut! Ah, Crab, Crab, Crab! Nice! Ich bin verdrückt! Scheiße! Fuck! Schattenspiele! Passt! Leute! Ich bedanke mich recht herzlich für euer Zuschauen! Das war Speedrunners! Wenn ihr mehr wollt, hinterlasst mir ein Kommentar! Und ein Like! Vergesst nicht zu subscriben! Damit ich euch lieben kann! Okay, danke! Das war jetzt ziemlich schwul! Bitte! J succeeded! Bis zum nächsten Mal! altaㅠㅠ